Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich gehen heute den Premium Wanderweg Hangarda Brunnenfahrt. Wir sind heute auch nicht alleine, uns begleitet heute Topper vom Kanal Toppers Adventures. Wenn ihr wissen wollt, wie diese 15 Kilometer so sind, dann kommt mit. Allgemein, wir haben noch einer mitgebracht. Moja. Moja. Na ja, die Aussicht ist ein wenig zugewachsen auf das Kerberloch. Das ist ein wenig zugewachsen. Das ist ein wenig zugewachsen. Das ist ein wenig zugewachsen. Ich bin 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 ein wenig zugewachsen. Hier ist es ein Schmuck. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. 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 Das war's.